Die Universal-Filmgesellschaft aus Rom ist hierhergekommen, um Ihnen eine große Zukunft zu beheben. Bürger von Real Cisar, das große Glück ist eingetroffen. Daquisto die Erste. Ein Oscar wurde ihm verliehen für Cinema Paradiso. Jetzt hat er einen neuen Film geschaffen, über die goldenen Jahre des Kinos. Alle träumen davon, ein Filmstar zu werden. Weniger, bisschen weniger. Na also. Und da kommt einer und verspricht ihnen, dass ihre Träume wahr werden. Der Bau ist für die Männer und der rosa-rote für die Frauen. Joey Morelli ist für sie da. Der Mann, der die Sterne macht. Als Talentsucher fährt er von Stadt zu Stadt. Auf der Suche nach perfekten Gesichtern. Auf der Suche nach der nächsten Sensation. Keiner will mich heiraten. Er begegnet einer jungen Frau. Joey! Und verliebt sich in sie. Sie glaubt, er könnte aus ihr einen Star machen. Wenn er doch nur das wäre, was er vorgab zu sein. Der Mann, der die Sterne macht. Von Giuseppe Tornatore. Der Mann, der die Sterne macht. Der Mann, der die Sterne macht. Der Mann, der die Sterne macht. Untertitelung. BR 2018